Also, ich weiß nicht, wenn man sich da so durch die Profilbilder klickt, dann denkt man so, ja, ey, es ist ja im Grunde wie so ein Gebrauchtwagen. Aber als es dann sozusagen zum ersten Besichtigungstermin kam, dann habe ich halt so gemerkt, dass es bestimmte Ziele ist. Ich bezahle euch das Geld, den Einblick nächstes Mal, wenn ihr... Ich kann auch das Leben aufgeben. Im Falle nicht, ähm, nein, also, jetzt berühren wir uns erstmal. Wir waren bei, ähm, bei, äh, Singlebörsen.